Wir begleiten Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle und Prozesse in die digitale Welt zu überführen. Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir einen signifikanten Wettbewerbsvorteil hinsichtlich Kosten und Ertrag. Dieses Versprechen untermauern wir mit unserer IT-Leadership, Innovationskraft und Kundennähe. Die OFAG Management Services AG betreibt IT für die Fuchs Movesa AG und die OFRAG Vertriebsgesellschaft als Dienstleister. Die OFRAG Vertriebsgesellschaft ist ein dynamisch wachsendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in der Velo-, Sport- und Outdoorbranche. Die OFRAG Vertriebsgesellschaft ist im motorisierten Zweiradgeschäft tätig. Sie beliefern Motorradhändler mit Fahrzeugen, Zubehör, Bekleidung und Ersatzteilen. Die Produkte der HPE sind unserer Basisinfrastruktur stark verankert. HPE stellt für unseren strategischen Partner dar. Wir setzen auf HPE im Bereich Server Storage wie aber auch im Bereich der Backup-Lösungen. Bei der Wahl des Partners ist für uns die Servicequalität, Agilität und Technologiekompetenz entscheidend. Das Team der BITOC bringt die Eigenschaften mit und hat sich in der gemeinsamen Zusammenarbeit immer wieder bestätigt. BITOC hilft uns, Effizienz und Leistungsfähigkeit laufend zu steigern. Die Kombination von HPE und BITOC hat uns viele Vorteile gebracht. Wir konnten die Stabilität, die Performance und so das gesamte Servicelevel erhöhen. Davon können alle unsere Unternehmen optimal profitieren. Die Lösungen von Hewlett-Pickard Enterprise sind die ideale Voraussetzung für eine moderne und zukunftsorientierte IT. Steigern auch Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Unser Blick für das große Ganze schärft unsere Sicht auf das Wesentliche. Spannende Musik